Wir machen jetzt das langweilige Video. Das, was die wenigsten sehen oder hören wollen. Und wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist und generell gerne dich nur mit spannenden Dingen beschäftigst, die dich auch wirklich brennend interessieren, dann schaltest du jetzt am besten weg. Wenn dich aber die Dinge interessieren, an denen du unbedingt, völlig egal ob du das jetzt deiner Meinung nach schon kannst oder noch nicht kannst, unbedingt wirklich sehr, sehr gut werden musst oder dir ein extrem teures Team für diese Themen aufbauen solltest, dann bleibst du jetzt dran. Wir starten mit diesen Themen nach dem Intro. Wir sprechen ja hier grundgenerell über Dinge, die man richtig machen kann und liefern Anleitungen, wie man als Selbstständiger, wie man als Unternehmer einfach sein Geschäft auf die nächste Ebene bringt. Aber let's face it, die nächste Ebene, der nächste Schritt, das ist alles immer ganz, ganz toll. Der eigentliche Engpass bzw. die eigentliche Journey, die wir ja begleiten, ist, dass wir die Menschen vom Selbstständigen zu einem Unternehmer machen, also ganz konkret oder zu einer Unternehmerin, ganz konkret, weil wir sagen, ein System zu bauen, was profitabel ist und ohne einen funktioniert. Das Spannende dabei ist ja, dass wir ein System erschaffen, also ein System bauen, was so konzipiert ist, dass es nicht nur ohne uns funktioniert, sondern professionalisiert auch über eine sehr, sehr lange Zeit. Denn wenn wir uns mal mit den Kennzahlen, den realen Kennzahlen auf Statista und Co. auseinandersetzen, dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, ganz, ganz wenige überleben überhaupt erst mal, kommen erst mal jemals ins zweite Geschäftsjahr und die allerwenigsten schaffen das fünfte Geschäftsjahr, weil auch da mal ganz kurz drüber gesprochen und das ist tatsächlich Punkt Nummer eins, super langweilig, solltest du aber beherrschen, musst du nicht perfekt sein, aber es wäre sehr, sehr ratsam, die Thematik im Kern zu verstehen, nämlich das Thema Steuern. Im dritten Jahr kommt sie, die allseits bekannte Steuerprüfung und du kannst dich von ihr überraschen lassen oder dich entsprechend auf sie vorbereiten, weil du einfach ganz genau weißt, hey, guck mal, das rasiert die meisten Menschen weg. Vor dem einfachen Hintergrund, ob du jetzt eine GmbH bist, ob du jetzt eine Einzelunternehmung hast oder was auch immer, da werden einfach Steuern fällig, die die wenigsten bezahlen können. Also kleiner Tipp hier an der Stelle, ich mache das seit Tag eins so, dass ich von jedem Euro, den ich einnehme, unabhängig wie weit ich jetzt schon bin, aber von jedem Euro, den ich einnehme, lege ich grundgenerell 40% auf ein Steuerrücklagenkonto, an dem sich das Finanzamt bedienen kann, soll, muss. Da bilden sich dann logischerweise auch Rücklagen für, also da bleiben gewisse Dinge über, weil man einfach steuerlich nicht die Maximallast erreicht, aber wenn das nicht da ist, werden viele Leute überrascht und viele tolle Geschäftsideen, viele fleißige Gründer und auch wirklich Experten, die wirklich etwas Tolles hätten bewegen können, werden einfach vom Spielfeld gewischt und man weiß nach drei Minuten gar nicht mehr, dass sie da sind, weil sie, die sind einfach weg, die sind verschwunden. Und dieses Thema mit den Steuern, da haben ja super viele auch einfach Angst vor, aber der muss man sich als Selbstständiger einfach stellen, wenn man langfristig im Unternehmertum erfolgreich sein möchte, wenn man langfristig ein System haben möchte, was profitabel ist und ohne einen funktioniert, in diesem Land und auch jedem anderen Land muss man es verstehen. Welche Steuern habe ich wann wie wo zu bezahlen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Welche Konstrukte machen Sinn? Welche machen keinen Sinn? Und da kommt ja der Invest in einen sehr, sehr guten Wirtschaftsberater, in einen guten Gesellschaftsrechtler, damit die Leute dir einfach sagen können, das darfst du, das darfst du nicht, denn man steht schon, sobald man auch nur Steuern ist, ich zitiere Alex Düsseldorf-Fischer, aber Steuern ist der richtigen Zahl, die richtige Identität zuweisen und wenn man dann da etwas falsch macht, dann wird man relativ schnell der Steuerhinterziehung beschuldigt und das ist das Letzte, was du möchtest. Also im dritten Jahr verrecken die meisten, weil sie da einfach von der Steuerprüfung überrascht werden. Völlig egal, ob die vorher gut im Marketing waren, ob sie gut im Vertrieb waren, es ist völlig egal, okay, aber das ist das Boring-Topic Nummer 1, du musst die Steuern im Grundzug verstehen. Es erwartet keiner, dass du da ein Experte wirst. Und Boring-Topic Nummer 2, und das ist meiner Meinung nach einer der größten Engpässe, spiegelt sich auch im Fachkräftemangel letztendlich wieder, ist das Thema Leadership. Ey, jetzt weiß ich es, die wenigsten Leute haben Bock darauf, sich jeden Tag zu motivieren, jeden Tag ein Team anzuführen, jeden Tag die Befindlichkeiten der einzelnen Menschen zu hören und dann auch gleichzeitig die wirtschaftlichen Kennzahlen des Betriebs im Blick zu halten und, und, und. Und, ja, da haben die wenigsten Leute Lust drauf, aber das ist entscheidend. Also vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden, brauchst du ein Team. Du kannst nicht alles alleine machen. Wenn du schnell sein willst, ja, geh alleine, bitte. Aber wenn du weit kommen willst, dann brauchst du ein Team. Und vor allen Dingen, wenn du lange bestehen willst, brauchst du ein Team. Und du brauchst ein Team, auf das du dich verlassen kannst. Du musst das Team motivieren können, du musst das Team fühlen können, du musst auf es eingehen können. Empathie, super wichtig, haben auch nicht so viele. Vielleicht hast du es, vielleicht hast du es nicht, aber Empathie ist super wichtig. Und auch zu verstehen, wie fühlt denn der andere sich gerade? Was macht der denn da gerade? Warum ist es, wie es ist? Und dann dauerhaft im Leadership aus der Perspektive von oben schauen, hey, guck mal, der funktioniert gerade, der funktioniert gerade, der funktioniert gerade nicht. Warum funktioniert der nicht? Personalgespräche führen regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr, sondern ich führe mit meinem Team alle fünf Wochen einen sogenannten Coffee Talk. Da sprechen wir nur über die engpässig Coaching da, um einfach die Volatilität möglichst gering zu halten. Nicht sagen, dass das der Schlüssel ist, wir haben immer noch Volatilität hier bei Mehrgeschäft, aber sie ist deutlich niedriger geworden, als wenn die Coffee Talks nicht stattfinden würden. Dann wäre die Volatilität des einzelnen Spielers vermutlich wirklich so. Und macht das jedem Spaß? Ist das super spannend? Am Anfang ja, und dann wird das ganz, ganz schnell, wird das langweilig, aber du musst es durchziehen. Wie motiviert man sich für so langweilige Themen? Ey, das hat nichts mit Motivation zu tun, es hat etwas mit Disziplin zu tun. Entscheide dich da dazu. Ich mache das geil, ich baue mir ein System, ich baue mir ein Unternehmen auf, das langfristig profitabel ohne mich funktioniert. Das ist der Traum von der Frührente, das ist der Traum von einem außergewöhnlichen Leben, wo man sich vielleicht das ein oder andere Kraftfahrzeug mehr gönnen kann, wo man sich Beinfreiheit beim Fliegen gönnen kann, wo man sich einfach das größere Haus gönnen kann, den Urlaub mehr leisten kann, you name it, das ist alles dir überlassen, aber dafür musst du auch gewisse Dinge tun und gewisse Dinge meistern. Und den spannenden Kram, den wollen alle machen. Der Boring Teil, also the Boring Parts, Boring Topics, das ist das, wo der Erfolg gemeißelt wird. Das ist das, da meißelst du wirklich an dem Stein und das entscheidet darüber, ob du vorankommst oder nicht. Und das Boring Topic Nummer 3 sind KPIs, Key Performance Indicator. Ein System zu schaffen, das rein auf Zahlen und Daten basiert, wirklich rein auf Zahlen und Daten basiert, die Entscheidungen oder beziehungsweise die Grundlage für deine Entscheidungen bildet. Natürlich bist du ein toller Hengst und natürlich weißt du schon alles und natürlich hast du den Durchblick, aber das sind alles nur Glaubenssätze. Du glaubst, dass das so ist. Du vermutest, dass das so ist. Aber was sagen denn die Kennzahlen? Wie viele Leads hast du denn wirklich eingesammelt? In welcher Zeitperiode? Ist die Frequenz stabil? Läuft es hoch? Läuft es runter? Wie viele davon hast du denn erreicht? Über die Periode X. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Was ist der CPL? Nur mal im Marketing, aber auch im Qualifying sich mal beziehungsweise in deinen anderen Abteilungen einfach zu schauen. Das muss ja nicht nur Vertrieb sein oder Marketing sein. Auch mal zu gucken, HR, welcher Headcount muss erreicht sein? Wie viele Probearbeiter braucht man pro Woche? Und, und, und. Sich ein KPI-System zu überlegen, ganz klar Kennzahlen zu überlegen, die Sinn machen, weil wenn die grün sind, dann haben wir plötzlich einen aufzeigenden Unternehmenstrend und das KPI-System übernimmt die Kontrolle über die Firma. Wenn wir sagen, okay, die Kennzahl ist rot, die ist rot, die ist rot, die ist rot, da müssen wir was machen, das ist grün, das ist grün, das ist grün, das ist grün, da müssen wir nichts machen, zu verstehen, warum ist die rot? Und dann kann dein Führungsteam das tatsächlich auch umsetzen, was uns wieder zu Boring-Topic Nummer zwei bringt. Dein Führungsteam wird es nur umsetzen, wenn du ein guter Leader bist, wenn du deine Leute anzünden kannst für deine eigene Mission. Aber zurück zu Boring-Topic Nummer drei, KPIs, Key Performance Indicator. Freunde, ich selber war ja viel länger angestellt, als ich mittlerweile Unternehmer bin. Und wisst ihr, wie wenig, oder weißt du ganz konkret, wie wenig Firmen wirklich KPIs hatten? Und ich rede jetzt nicht nur von dem, oh, guck mal, das Vertriebsziel, das solltest du mal besser erreichen, dann wird es gut für deinen Bonus am Ende des Jahres. Über den Bullshit rede ich gar nicht. Ich rede über Daily Activities, ich rede über tägliche Kennzahlen, die erreicht werden müssen, damit wir ankommen. Schau mal, im Personal Training, da macht ein Trainer dir einen Ernährungsplan und sagt, du musst jeden Tag so viel Protein essen, bap, 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 und dann trägst du das in eine Tabelle ein und sagst, guck mal, habe ich meine Ziele erreicht oder nicht? Furchtbar langweilig, furchtbar langweilig. Lieber Bizeps-Training machen, lieber Beine trainieren, wobei, das macht man ja nicht, weil man die im Club nicht sieht. Aber das ist der Punkt, das ist super langweilig. Und diese drei Topics, Boring-Topic Nummer eins, Grundlagensteuern zu verstehen, Boring-Topic Nummer zwei, Leadership-Skills zu entwickeln und Boring-Topic Nummer drei, Data-Driven Decisions, also datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Das können die Allerwenigsten. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute es niemals, egal wie hart sie arbeiten, egal wie fleißig sie sind, egal wie motiviert sie sind, egal wie lange, wie viel Zeit sie im Unternehmen verbringen, 16, 18 Stunden am Tag, und egal wie viel Energie sie dort einbringen, sie werden nicht vorankommen. Es wird nicht klappen. Natürlich können diese Leute sich von außen Venture Capital holen, aber wenn wir mal über Bootstrap wirklich reden, um eigenfinanziert, aus der eigenen Tasche heraus, dann sind es die Boring-Skills. Und weißt du was? Wenn du von außen Kapital zufügst, dann wollen die Investoren genau das von dir sehen. Bist du in der Lage, ein Team zu führen? Weißt du konkret, wie die Gesetzmäßigkeiten für dich und dein Geschäft sind? Kennst du die Kennzahlen? Weißt du, in welche Richtung es geht? Kannst du deine Firma messbar machen oder nicht? Braucht sich nicht wundern. Und da brauchen sich die meisten Leute auch einfach nicht wundern, wenn es dann am Ende des Tages hier einfach nicht klappt und die Selbstständigkeit so als dramatisch schwieriger Mythos aufgezogen wird und Tante Emma sagt, mach dich lieber nicht selbstständig. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Lieber ein Angestellter, sicherer Job. Weißt du was? Alles Bullshit. Ist alles Schwachsinn. Es sind die langweiligen Teile. Konzentrierst du dich nur auf deine Kundengewinnung, dann wirst du relativ schnell feststellen, ohne einen Mitarbeitergewinnungsfunnel wirst du ganz, ganz schnell wieder ins Stocken geraten. Es gibt ganz, ganz viele Themen, über die wir da noch sprechen können. Viele weitere Boring-Parts, über die wir noch sprechen können. Wenn du jetzt sagst, boah krass, die langweiligen Teile, die sind gar nicht so unspannend, da bräuchte ich mal ein bisschen mehr Insights, ein bisschen mehr Input, schreib es mir unten gerne in die YouTube-Kommentarsektion hier rein. Ansonsten, wenn du sagst, hey, nee, Felix, da bitte ich überhaupt gar nicht mit dir einer Meinung, auch ganz gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten würde ich mich jetzt aus diesem Video verabschieden und würde noch mal ganz kurz Eigenwerbung hier machen für uns von Mehrgeschäft. Und zwar haben wir das sogenannte Mitunternehmerprogramm ins Leben gerufen, basierend auf den Engpässen, die wir festgestellt haben. Wir haben furchtbar viel Marktforschung gemacht, Statista reingezogen, warum scheitern die Leute, haben uns ganz, ganz viele Engpässe rausgesucht und haben gesagt und festgestellt, hey, guck mal, Wissen ist gar nicht der Engpass. Denn wenn Wissen der Engpass wäre, dann würden ja diese tausend YouTube-Videos, die wir hier auf dem Kanal haben, die müssten den Leuten ja quasi ja schon Heilung versprechen. Aber das tun sie nicht, denn Execution, also Umsetzung ist der Engpass. Die meisten Selbstständigen haben einfach keine Klarheit darüber, was sollten sie als nächstes tun. Das liefern wir. Klarheit über den nächsten Schritt, eine klare Roadmap, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Haben wir schon mehrfach bewiesen, dass wir das drauf haben. Wir helfen aber auch bei der Umsetzung. Das heißt konkret Funnels bauen, wir helfen bei der Vertriebssystematisierung, Leadership-Topics und, und, und. Und wenn du darauf Lust hast, darüber mal mehr zu erfahren, dann klick mal auf die Links hier auch unter diesem Video. Und da kannst du dich bei einem Link für die Strategie-Session bei uns eintragen. Sagst dann einmal ganz kurz, hey, ich habe das Video mit Unternehmerprogramm, habe ich gesehen. Ich würde mich da gerne mal zu informieren und würde gerne mal mit euch sprechen. Ich habe den Engpass, ich würde gerne vom Selbstständigen zum Unternehmer werden. Ich hätte gerne eine echte One-on-One-Begleitung von euch. Nicht irgendwie Gruppen-Calls, 300 Leute und dann in der Hoffnung irgendwie eine Frage stellen zu dürfen oder gar nicht dran zu kommen, wie auch immer, sondern wirklich One-on-One einen echten Mitunternehmer an deiner Seite haben möchtest. Dann klickst du jetzt hier unten auf den Link, trägst dich für eine Strategie-Session ein, kommst mal bei uns rum und informierst dich mal, sprichst mal mit uns, wir liefern dir die Anleitung. Und ansonsten wünsche ich jetzt einen wunderbaren Tag und viel Erfolg bei deinem Geschäft und ich wünsche dir von Herzen mehr Geschäft für dein Geschäft. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.